Ja und damit herzlich willkommen hier zurück beim Football Manager 2015 mit mir dem Gorobei. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, wenn euch dieses Projekt gefällt und ihr immer noch möchtet, dass dieses Projekt weitergeht, also die zweite Hälfte der Saison, dann gebt dem Ganzen doch jetzt schon einen Daumen hoch, damit ich weiß, ob ich dieses Projekt fortführen soll oder nicht, weil ich bin ein wenig im Zweifel, da andere Projekte vielleicht besser laufen als der Football Manager und da möchte ich gerne herausfinden, ob ihr dann gerne möchtet, dass er noch weiterläuft. So, wie gesagt, gebt einen Daumen hoch, ansonsten schreibt auch einen Kommentar darüber, freue ich mich natürlich genauso sehr, wenn nicht noch mehr. Wir spielen gegen Köln, das ist der nächste Spieltag für uns. Gegen Frankfurt haben wir gew... Ne, wir haben verloren, ne? Ja, wir haben verloren gegen Frankfurt. Marco Russ hat das Tor geschossen und das war das, was passiert war, glaube ich. Simulieren wir weiter, wir möchten natürlich bis zum Dings... Achso, hier, Nevin Jobotich verlangt Geld für seinen Weggang. Wat? Nevin Jobotich hat Dortmund informiert? Was? Was? Ich soll Geld dazu zahlen, damit er geht? Boah, ist natürlich eine schwierige Sache. Aber wir haben noch so viele Verteidiger, wenn Hummels auch noch da ist, ne? Und das ist halt... Subotic... Pro Monat 166.000 Und wie viel sollen wir dazu zahlen? Äh, warte mal... Er verdient pro Monat 166.000 und wir sollen 17,25... Okay, das akzeptieren wir. Akzeptieren wir den Wechsel zu Southampton. Dafür wird wieder ein bisschen Geld in die Kassen gespült. Und das ist halt sogar noch wichtig. Wir müssen hier... Gucken, dass wir das Budget nochmal ändern. Wie ging das denn noch? Das ging nicht hier. Das ging, glaube ich, hier nur. Ähm... Ich weiß aber leider gerade nicht, wie. Talentliste? Nein. Budget eingleichen. Hier ist das. So. Das Gehaltbudget wieder höher. 42 fehlt noch. Das ist natürlich doof, ne? Weiterer Tiefpunkt für Paderborn. Ähm... Ne, es war Transfers. Sportdirektor. Ne, hier war das, ne? Hier. 42 fehlen noch. So, jetzt müsste das aber... 5,5 Tausend fehlen noch. Also 5.500 Euro im Monat. Das sah... Wie hoch das einfach ist. Jetzt aber. Genau, jetzt haben wir 61 und 2 Millionen. Das ist okay. Hauptsache wir sind wieder im Plus. Beziehungsweise wir sind nicht mehr im Minus. Und jetzt gucken wir, dass wir so schnell wie möglich zum Spiel von Köln kommen. Da müssen wir natürlich das andere Spiel trainieren. Und ablösefrei endet in einer Woche. Ablösefrei können wir gerade gar keinen... Beziehungsweise wollen wir gar keinen verpflichten aktuell. Reus wurde ein Spieler ja hier... Dings der Woche gemacht. Transferfenster schließt sich in einigen Tagen... Geschäfte abzuwickeln. Derzeit sieht das nicht danach aus. Es ist auch nicht viel Zeit. Viele Spekulationen. Christian Streich. Christian Streich ist ein vorragender Trainer. Zumal die Kritik... An ihm war unberechtigt. Man muss fairerseits sagen, dass Dortmund... ...nicht gut aussah. Wir werden das Spiel versuchen, besser zu machen. Neue Spieler investiert. Ich möchte diese Fragen nicht beantworten. Bedenken bei den Fans ausgelöst. Wir werden mit Niklas Süle... Wir werden mich zu keinerlei Transfergerüchten äußern, weil Niklas Süle auch noch einen langen Vertrag hat. Aber er ist ein relativ guter, junger Spieler sozusagen. Wäre auf jeden Fall eine Idee wert, den mit reinzubringen. Ins Team. Allerdings gucken wir erstmal, wie das Spiel gegen Köln läuft. Erhard kann einen Profi-Vertrag unterschreiben. Der hat noch einen Vertrag bis 2016. Können wir mal gucken. Haben wir noch ein paar andere Spieler, die auch ganz gut sind. Gegen die Bayern erstmal aktuell noch keine Chance. Ben Bender ist gesperrt. Dafür kommt dann Nuri Sahin rein. Ben Bender dann raus. Dafür dann Köln rein. Sisoto hat natürlich anstelle von Blasikowski auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber ich lasse den mal noch. Oh, Sahin ist da. Der ist gar nicht so gut drauf, ich dachte. Konditionstechnisch ist er nicht so gut drauf. Wir können mit immer noch ein 4-4-2 spielen. Oder wir spielen ein 4-3-1-2. Dann mit Reus und Immobile vorne. Dafür dann im Mittelfeld hier. Sisoto sogar. Oh, ist der nicht? Nee, der ist offensives Mittelfeld. Der wäre hier bei Kagawa sogar besser aufgehoben. Nee, mit Sisoto geht das gar nicht. Was mit Kampel? Kampel ist ja ganz okay. Müssen wir mal gucken. Außenverteidiger ist Piszczek auf jeden Fall nicht. Auch dass ich jetzt hier anfange. Kompletter Flügelspieler. Er soll auf jeden Fall angreifen. Andersson ist ein Innenverteidiger. Einfacher Innenverteidiger sogar. Der soll auch ein einfacher Verteidiger sein. Durm ist ein falscher Außenverteidiger. Kampel, wenn er zentral spielt. Vertikaler Spielmacher. Schahin, wenn er zentral spielt. Der soll ja nicht zentral spielen. Warte mal. Wer sollte denn zentral spielen? Machen wir Kehl mal rein. Ballerurbeln, der Mittelfeldspieler. Der soll verteidigen. Und Gündogan ist... Vorgeschobener Spielmacher. Der kann auch mal angreifen. Kagawa ist Nummer 10. Nummer 10 angreifen. Immobilie ist ein Stoßstürmer eigentlich. Und Reus könnte auch... Reus ist dann auch nur Nummer 10. Und Immobilie ist ein Stoßstürmer. So. Und Ruffier ist einfach nur ein Torwart. Ja, gucken wir mal, ob das was hilft hier. Schahin nehmen wir mal raus. Dann kommt Sassone mal rein. Vier Ersatzspieler hat zu viel. Sassone hat gar keine Rückennummer. Die 32 hat er dann. Auf geht's, ab geht's. Gucken wir mal. Spieler machen sich warm. Los geht's. Taktik erwarten lassen. Absicht dabei. Ich möchte mir nicht in die Karten schauen lassen, aber... Wir machen das so hier. Und überraschen Köln. Und ich erwarte einen Sieg. So, los geht's. Überraschende Ausstellung. Für den Gegner. Und trotzdem kontern die Kölner. Nein. Papa ist da doppellos. Genug an. Auf Reus. Marco Reus. Marco Reus. Was ist denn da los? Als Stürmer macht er sich ganz gut. Da jubelt er Marco Reus. Nach gut einer Minute. Gegen Köln. Das kann sich sehen lassen. Stéphane Ruffier. Ist ja bei uns im Tor. Niklas Bentner macht natürlich das 1-0. Gegen Bremen für Wolfsburg. Das ist ja wohl klar. Der Lord. Könnte man sich auch noch holen für den Sturm. Weil wenn der Lord im Sturm spielt, dann... Können die Gegner einpacken. Das kann ich mir sagen. Auch nur wenn der Lord im Sturm spielt. Freistoß. Von Halver. Fidde. Reus jetzt erst mal mit dem Konter. Immobilie ist weit hinten gewesen. Marco Reus. Marco Reus. Reus geht weiter. Reus auf Kampel. Spielt auf Kagawa. Schön gechippt auf Reus nochmal. Reus Pfosten. Hector dann mit dem Befreien Schlag. Hector, der ja in der Nationalmannschaft mittlerweile... sich einen Namen gemacht hat. Sehr überraschend, wie ich finde. Ah, haben wir einen Schluck getrunken gerade. Finne. Auf Vogt. Andersson. Auf Reus. Oh, weiter. Schlag auf Reus. Jetzt die Flanke muss kommen. Die Flanke kommt nicht ganz. Immobilie kommt nicht ran. Piszczek auch nicht. Osaku. Das war natürlich ein bisschen enttäuschend. Da hatte Reus nochmal das 2 zu 0 auf dem Fuß und Immobilie. Hätte er gleich auf Immobilie abgelegt, dann wäre das ein 2 zu 0 gewesen. Papastatouplus. Weiter Ball wieder auf Reus. Die spielen sehr gut und weite Bälle auf Marco Reus. Der vorne sich sehr gut einfindet. Der läuft auf dieser Position. Chiro Immobilie chipt den raus auf Piszczek, wenn er rankommt. Der kommt da nicht ran. Das war natürlich ein bisschen doof. Ein bisschen doof gelaufen. Aber so ist es halt. Das Spiel läuft so langsam weiter. Nach dem ersten Tor ist es jetzt eher so abgeflaut. Und jetzt haben die Kölner wieder die Chance. Matoschik. Maroh. Maroh, glaube ich, heißt er. Wimmer. Auch wieder ein weiter Ball. Diesmal erläuft sich den Piszczek. Jetzt müssen wir mal gucken. Piszczek. Raus auf Ruffier. Der wieder auf Piszczek. Könnte sogar zu so einem 1 zu 1 führen. So ein Ball hin und her geschiebe. Genug an Kampel. Reus. Nicht auf Kagawa. Marco Reus geht da durch. Auf Chiro Immobilie. Das hätte das 2 zu 0 sein müssen. Maroh. Andersson. Kehl. Immobilie nochmal. Er hat ja die Chancen. Das ist ja nicht so, dass es total chancenlos ist. Er hat ja die Chancen. Timo Horn. Maroh. Olkowski. Finne. Vogt. Gündogan stellt ihn. Gündogan weiter. Auf Kagawa. Shinji Kagawa. Reus. Marco Reus. Marco Reus. Das gibt es ja nicht. Wie viele Chancen haben wir denn gegen Köln? Und wir machen sie alle nicht. Das ist das Schlimmste. Ophiain erstmal. Weiter. Uff. Ganz weiter Abschlag. Sollte auf Reus gehen. Durm bekommt den erstmal. Kiel. Unsere Verteidigung macht ja einen relativ sehr soliden Eindruck. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht nur relativ, sondern es ist ein sehr solider Eindruck, den die Verteidigung macht. Bis jetzt bislang auch immer nur Chancen für uns. Wenig Chancen zugelassen. Und jetzt Immobile mit dem 2 zu 0. Da belohnt er sich, Chiro Immobile. Mit seinem neunten Saisontor. Der große Töne gespuckt hat im richtigen Fußball gegen Dortmund. Und ich finde, eigentlich hätte er, ich weiß es nicht, hätte er nicht machen sollen. Er hätte es vielleicht verdient, wie sie mit ihm umgesprungen sind dann. Kampel können jetzt ausgewechselt werden. Dafür dann Saisotto rein. Saisotto, der eher schlecht als recht im zentralen Mittelfeld spielen kann. Mangelhaft. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Gerade weil wir keine offensiven Mittelfeldspieler gerade haben. Blazikowski halt auch eher untauglich im Mittelfeld. Sassone auch. Naja, dann wissen wir ja, dass wir unsere Taktik eigentlich umstellen müssten. Wir sagen jetzt einfach, ich bin sehr erfreut mit euren Leistungen und dann lassen wir sie nochmal spielen. Und wechseln jetzt einfach wieder die Taktik. Änderung bestätigen. Und jetzt werden wir gleich die Aufstellung quasi wieder ändern. Wenn die Chance dazu da ist. Und das haben wir jetzt getan. Jetzt müssen wir jetzt gucken. Weil Immobilie vorne ist und nicht Reus, der natürlich auf links kommen muss. Und Gündogan dann für Kampel. So. Sind sie normalerweise. Stoßstürmer 10. Nein, siehner Angreifer. Gut, das ist alles so. Ganz okay so. Jetzt kann dann Sissotto rein für Kampel und Sassone für Reus. Dass wir da mal ein bisschen wechseln. Und... Aha, mit Ramos tue ich mir noch schwer. Wir warten nochmal. Vielleicht verletzt sich ja noch einer. Wir sind ja erst Anfang der zweiten Hälfte. Und wechseln gleich zweimal aus. Aber mit Sissotto und Sassone sind jetzt ja auch Spieler drin, die sich vielleicht gerne mal ein bisschen zeigen würden. Ilkay Gündogan mit der Ecke. Wimmer ist noch dran. Und jetzt kommt Halver. Halver. Alleine gegen Piszczek. Und Rufier. Jetzt muss Piszczek sich nicht ausspielen lassen. Da ist es schon passiert. Papastatopoulos von hinten rein. Rufier kriegt den Ball noch. Meine Güte, das war... Da wurde mir leicht so ein bisschen... bisschen mulmig. Sebastian Kehl. Auf Sissotto. Der setzt sich da schön durch eigentlich. Wurde auch... Ja, mit vier Leuten waren sie da. Sassone. Sassone! Ja, was ist denn da los? Erstes Spiel. Erstes Pflichtspiel von Nicolas Sassone. Und dann gleich das erste Tor. Der zeigt, was da los ist. Der zeigt, was in ihm steckt. 3 zu 0. Kann man nicht sagen. Sassone. Auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Der könnte öfter auf der Bank sitzen. Und den kann man öfter mal bringen, wenn es heikel wird. Janik Gerhardt jetzt erst mal mit einer gelben Karte. Und Kevin Vogt auch. Und wir gucken mal, dass wir so 75. werden wir mal auswechseln und dann hoffen, dass wir uns nicht noch irgendwie verletzen. Und wir gucken, dass wir Dorn mal rauskriegen aus dem Gefecht sozusagen. Kurioserweise liegen wir vorne, trotz was. Trotz unserer elaktanten Abschlussschwäche. Ja, wir machen so viele Dinger nicht, glaube ich. Rosako. Raus auf Risse. Und jetzt hat sich unsere Verteidigung wieder aufgestellt. Gerhard. Halfer. Das ist, als wenn Köln hier mit unserer Umstellung nicht klarkommt. Ruffier. 85. Da wechseln wir sogar aus. Und zwar kommt für Durm Masse Schmelzer rein. Gucken wir mal, dass da Schmelzer nochmal reinkommt. Ruffier. Jetzt erst mal wieder mit einem weiten Abschlag. Sucht sie Soto. Der kriegt den Ball natürlich nicht. Kehl. Aber Kagawa jetzt. Uh, Shinji Kagawa. Sebastian Kehl erstmal raus auf Piszczek. Da kann sich sogar noch eine Möglichkeit entwickeln. Kagawa. Sisoto. Sisoto geht durch. Auf den Flügel ist Piszczek nochmal. Der flankt weit. Sassone. Was ist denn da los? Sassone fasst mit dem zweiten Ding. Und jetzt macht Immobile das Ding noch rein. Stolpert das Ding quasi rein. Das war ein krasses Tor. Fogt. Christian. Brekko. Spielende. Dortmund gewinnt hier gegen den 1. FC Köln. Wir sagen ganz bestimmt gut gemacht Männer. Warum könnt ihr nicht immer so spielen? Fragen wir. Ein sehr schönes Spiel. Piszczek war natürlich Spieler des Spiels. Immobile war ein Schlüsselspieler. Wir befinden uns immer noch auf Platz 2. Sehr schönes Spiel. Wirklich sehr schönes Spiel. Wir gucken nochmal hier. Piszczek versetzt die Fans in Ekstase. Der polnische Nationaltrainer war im Stadion. Sassone. Großartiger Moment. Ich erwarte, dass er regelmäßig trifft. Wir müssen definitiv damit rechnen, ihn öfter zu sehen. Möchte darüber jetzt nicht diskutieren. Sassone. Schön zu sehen, dass er ins Netz getroffen hat. Es war einfach toll. So. Wir haben die Finanzen geregelt. Wir haben das Spiel gewonnen. Was kann man sich mehr wünschen? Ich glaube nichts. Wie gesagt. Das, was ich zu Anfang gesagt habe. Guckt nochmal, dass ihr nochmal liked. Dass ich weiß, das Projekt soll weitergehen. Oder ihr so abflachen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Weil die kommt auf jeden Fall. Bis dahin. Sattau grob erstmal. Ciao. Ciao.